So Leute, dann würde ich sagen, 18-2 krank, ey, Ferhat, du weißt nicht, 20-0 war so drin, aber ich hab, bei einem Spiel war ich so unkonzentriert und beim letzten, ich glaub, das war das 17. Spiel, ich war einfach zu müde, ich konnte einfach, und der Gegner war richtig gut. Wir öffnen jetzt meine Rewards. Was glaubt ihr, wenn ich ziehe, ich hab ihm alle Namen bei, also bitte nicht Winnie, ich möchte nicht, ich möchte nicht Vinicius. Und an alle, die neu sind auf dem Kanal, Leute, gern ein Follow da lassen, das ist ein kostenloser Support. 91 Physis, also ich kenn die Stats von, äh, Dings nicht, von den League-Aus-Spielern, 47, wer könnte das sein? 96 Dribbling, 92 Pass, Fekir, Fekir, 92, das kann schon Fekir sein, ne? 93 Tempo, ihr sagt Fekir, Fekir, ist aber schon mal erster Pick, schon mal in Ordnung, ne? Kein Torwart, kein Torwart, okay, ist kein Torwart, 70, wer hat 70 Physis? Vinicius, ne? 59, Steff! Oh! Was passiert jetzt? Was passiert? 96 Dribbling? Muni ein? Ah, nicht Muni ein. 88 Schuss. Ja, okay. Schade. So, bitte kein Torwart, bitte kein Torwart, bitte kein Torwart. Oh, okay, okay. 85. Das könnte Vinic sein. Ne. Vinicius 87 Physis. Benze! Benze ist das, ne? Oder? Ach komm, guck mal, jetzt der Letzte. Jetzt der Letzte. Wir haben einfach Thomas gezogen. Einfach Thomas. Der in die C-Jugend da drüben trainiert. Jetzt, Thomas. 86 Physis. 85. Death. IVs haben safe mehr. 94, das ist Modric. 6, das kann nur Modric sein. Das ist jetzt, wird wie ein Pflaster jetzt, ne? Das wird jetzt wie ein Pflaster. Ich reiß jetzt einfach ab. 3, 2, 1. Grenzhaft? Das waren meine Pigs. Ach so, ist... Oh, ich hab gejokt. Ich hatte noch Kunde. Kunde soll ich nehmen? Ey, ich hab eine super Abwehr. Ich brauch den ehrlich gesagt nicht. Nehmen wir ihn mit. So, ich öffne. Den hatten wir eben, ne? Wer war das nochmal? Boah, den hatten wir eben. Dieser Thomas oder so. Wer war das nochmal? Entweder Thomas oder Fekir. Ja, okay. Zum Glück hab ich den eben nicht genommen, Leute. Jetzt haben wir... Ey, er hat recht. 70... Okay. Wer ist es? Thomas. Dieser komische Thomas ist das. Alles gut, Thomas. Woher auch immer du 99 Beweglichkeit, 99 Balance hast, 6, 9, 8, 9, 6, 9. Und du heißt Thomas. Und kommst in meinen Pigs. Das ist nicht derselbe Pick. Ne, ist es nicht. Muniain, stimmt. Das war Muniain. Muniain, alles gut. 85 Physis. Ey, den hatte ich doch eben auch schon. Schuss von Thomas. Ja. Einfach derselbe Pick. Ich schwöre. 92. 94 Steph. Es ist entweder Araujo oder schon wieder Koundé einfach, ne? Araujo. Okay. 4 jetzt. Der Letzte einfach. Boah, nee. Der Letzte muss jetzt scheppern eigentlich, ne? Jetzt kommt mich im Couture. Bitte nicht. Ich bitte nicht. Okay. 86 Physis. 97 Ausdauer. Es ist Canales. 85. 400. Ey, Leute. Was war denn das jetzt? Ich wurde ja komplett verarscht. Ey, ich habe einfach zweimal genau die gleichen Pigs gehabt. Nur Koundé und Araujo waren... Was für... Ich kann gar nichts. Ich kann alles wie Canales. Hahaha. Der war gut, der war gut. Heute LaLiga Totspack. Wir fortschalten auf der Thomas. Ich? Bats. Um was wetten wir, dass Thomas im Pick ist? 3-2-1 Pflaster. Komm schon. Es gibt gar keinen guten unter dem Rating. Ey. Das kann doch jetzt nicht sein. Boah, wir haben jetzt 100... Oh mein Gott. Guckt euch das an. Also wenn wir hier keine Tots ziehen, Leute. Wurde ich offiziell verarscht. Machen wir mal eine Wette aus 50 Packs, LaLiga Packs, ziehen wir vier Tots. Es könnte knapp drunter sein. Es könnte... Wir ziehen vielleicht gar keinen Tots. Wir können ziehen vielleicht vier Tots, genau. Ich ziehe zweimal Thomas. Ja. Let's go. Tots. Okay. 13 Packs. Und immer noch kein Tots. Wow. Ja, kann ich einen Tots ziehen? Danke. Immer noch kein Tots. Ja, ehrlich Daniel. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist schon echt Scam vom Feinsten. Das sind die größten Scam Packs. Noch 14 Stück. Das Beste war Buskets. Ich habe auch Buskets gezogen. Das wäre der Beste. Wow. Größter Scam, ne? Oha, ein Info. Krass. Yeah, sometimes. Ich glaube, ich habe den sogar, oder? Okay. Ein Tots. Okay, wir haben die 50 Packs schon geöffnet. Wette könnt ihr... Ja. In 50 Packs, 5 Tots. Aber ihr müsst bedenken, bei der Wette an alle, die jetzt wetten, es sind jetzt nicht die Packs von eben. Davon haben wir nur noch 17 oder 16. Wir haben noch 2 80 seltene LaLiga-Spieler-Packs. Die können vielleicht ein bisschen besser sein, ne? Thomas. Keiner von weg. Ani, oh, mit auf meine Schule gegangen. Der hat im Finale das Stinks geschossen. Den entscheidenden Elfmeter. Dritter Tots. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich habe einfach ein Lachfleisch, weil er so guckt. Äh. What? Was? Das kann jetzt nicht... Ist nicht passiert, ne? Das ist jetzt nicht passiert. Das ist nie... Das ist jetzt nicht passiert. 16. Bei uns heißt das... Nein, Duplikat. Das war's mit den 5 Subs. Nee. Wir haben noch hier einen Peck. Komm schon. Totz, 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 totz. Schade. Hat sich da wohl doch gelohnt, ne? Mit Vinicius. Das war's. Wir haben aber Vinicius gezogen, Leute. So, Freunde. Guckt euch das an. Wie. Prime Pili Vinicius. Bis zum nächsten Mal.